... Hm. Nicht mehr? Nein. ich weiß nicht wie viel geschwindigkeit man braucht aber wahrscheinlich viel also ich musste auf jeden fall hier noch so dinge anbringen feuerkraft 10 hier habe ich nur feuerkraft 10 das verstehe ich nicht ich habe eine idee wird sie alles haben keine da machen wir die dinger weg nein das gibt es jetzt wieder nicht meine fertigkeiten laser habe ich glaube ich kann immer ausgerüstet autoschutz engel habe ich alles schon für eine dinge immer aufgeballert na komm was haben wir ja noch was wir hier nicht brauchen ich wollte wird ein jahr für das hier einen tauschen genau sondern pack mal mehr von folgenden ding an die reihen feuerkraft minus 30 ja ich kann das nicht drehen ich glaube wir kommen jetzt nicht so viel schaden gegen das eine dinge weil kraft ist wie noch sehen muss ich irgendwie erhöhen das kostet ein weniger als sehr super irgendwo damit man das nicht sieht ich habe nur ein ehrlich da kommt mal hier noch so ein zeichen ich bin die einzige möglichkeit für mich irgendwie feuerkraft zu erhöhen machen irgendwann habe ich entfernt verdammt ich habe ich so wenig feuerkraft da kommt wer ich bin danach die schnell genug sache 22 satt 4 ich glaube nicht ich komme ja von diesen den anderen ich sollte für tp sind voll von einmal aber ich habe ding die sache nicht nicht brauche wirklich ich habe voll viel von diesen röhren und ja stecken wir mal hier drin aber ich habe nur zwei dinger zum schießen wie geht denn das ich habe keine laser also das bringt es auch nicht autoschutzengel brauche ich auf jeden fall tp upgrade nämlich mal jetzt mehr punkte bist du in einem kampf erstmal schaden die stufe den schaden den wir mit gegnern nimmst ich hoffe das bringt es jetzt bei der gucken voller aus merke ich gerade hat soll es so was ich plane ist ich will dieses eine dinge erledigen im nebelfluss hoffentlich bin ich noch schnell genug dann kommen wir mal auf andere auch kaputt kriegen ich glaube hier und die zählen wir allerdings ab ja super 1142 offensive 250 geschwindigkeit hat war ich irgendetwas anderes hier die schaden durch gegnern negiert ich hätte doch lieber heilung das ding habe ordentlich schaden was ich hoffe meine beiden schilder helfen mir jetzt ein bisschen schaden zu denken und hoffentlich machen wir ein bisschen mehr schaden das war sehr wenig als das mal versucht habe so zu testen da ist der sturm ich muss erst mal angehen ich werde wohl schnell genug sein das mich schon wieder ja ja das ding das war mal an ich habe meine laser muss nicht wirklich nein nein ich muss nur deine sachen denken ich wollte sagen sehen wir nicht die ap von dem ding ja sein hat das ding stärker ist als alles andere in diesem spiel weil es doch schon ganz schön viel schaden oh gott wir kriegen gar nichts an schaden sehr gut okay wir halten es aus wir machen zwar selber keinen schaden aber hey hauptsache also wir gehen nicht kaputt ich habe noch mal machen wie ich kriege heilung da bringt irgendwas wenn ich da unten hat den kaputt machen ich habe schon zwei kaputt gemacht wird solange das ding nicht noch schwieriger wird haben wir es glaube ich ich kann mich schön heilen diese dinger nerven voll aber ja ich muss auf die schrauben da zielen glaube ich kommt oh gott das macht immer noch voll viel schaden ich will eine auto schutz hänge also wenn ich einmal frecke dann werde ich wieder belebt das ist schon mal gut schnell und die dinger nerven voll hier kommt da und ich habe mich wach das zieht dann auf diese schrauben in der mitte einfach nur da in der mitte auch bei dieser angriff komm schon gibt es jetzt nicht alter warum macht das ding nur so wenig schaden sehr wenig fair aber warum macht dann so viel schaden jetzt hat zweimal hintereinander ehrlich die hälfte haben war wer du machst noch irgendwas krasses die dinger gehen auch kaum kaputt also heilung bitte danke der schießt auf mich oh mein gott ich lasse mich jedes mal davon treffen das hat vielleicht nach unten gehen nach heilung heilung bringt auf jeden fall ja wo wir sind die dinger kaputt kriegst ne oh gott oh gott glaube ich bin tot oh gott warum haben wir eine heilung auf einmal so stark nur noch einbalken wir sind doch einfach nur da um mich auf nerven zu gehen oder die blocken hier die angriffe von dem teil ab ich habe mich einfach auch voller p glaube ich ja ich glaube hier unten zu warten ist sehr gut schnell die laser machen gar nichts anscheinend ich mache nix anscheinend ich wollte einfach mal die ganze zeit vielleicht bin es da war einfach eine rolle bringt voll wenn ich auch star wars episode 1 und er nicht hin also diesen nabu gleiter geflogen ist heilung wenn man flog ist kein mister macht er leicht herzloser engel sowie sephiroth hau hau hoher auch damit und drei 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 mich heimig danke weil immer so eine winzige verzögerung ich war panik immer ich habe mal cool kommen wir sind wieder weg ich nehme an ich mache mir schaden wenn ich kurz so blinke sowie ging mal zwei die beiden schilder amt aber auch so gebracht weil ich will gar nicht wissen was das eine ding was war gleich bekämpfen müssen alles drauf hat dass wir noch extremer also da ist der finale muss gummi jet mehr und stern mehr gott da denke ich immer noch im leben ehrlich ich hab dich gleich ein kratzer jetzt phase 2 pass auf ok der echte phase 2 wird sich verarschen noch bestimmt ein stadt fertig braucht keine ahnung thermos wäre ja ich muss ja nie wieder machen golden high wind schwarz geist ziel sucher ultima gummi ja keine ahnung weiß nicht was diese zweite phase da war ich nehme einfach mal das ding könnte mich mit einschlag töten oder so wenn es mich getroffen hätte oder so war war ja so da müssen wir nur noch hat eine dinge erledigen diese pyramide also mal fertig und da muss ich noch auf screen dieses blöde baufrag fragment hier finden wahrscheinlich im anschluss dieses partie mache also auf screen halten da kommen was wenn man nämlich wo das ding ist muss ich auch noch auf screen finden aber ja da hat er funktioniert mehr oder weniger machen zwar gar keinen schaden aber was soll es mal das andere dinge kommen gehen wir auch hin also auf ich hoffe ja mal sie sind nicht so stark wie der andere teil jetzt haben wir doch schon so eine ganz ecke stärker aus als die sache nicht hier bisher gekämpft habe da warten am ab sind meine dinge habe ich da nicht dabei doch schon sagen solch allerdings jetzt wieder da und jetzt jetzt hier immer wieder neu machen mussten da kommen wir ja aber schon kann es noch nicht so schwer sein oder ist auch so eine pyramide und das ding hält viel aus auf jeden fall genau wissen wie viel schaden um was okay bis die dinge kaputt gehen dauert ganz schön lange ja schon mal nicht so gut aber jetzt geht's gut wie gar kein schaden aber die dinge ging gar nicht kaputt ich krieg gar keinen schaden aber vielleicht wird das ja alles ein bisschen schneiden glaube ich will das hier schneiden ja die dinge die dauerne so lange geht's noch mal kaputt oh gott konnte lange dauern ich krieg die dinge nicht kaputt was soll er hat weil einfach das ding ja wenn wir kriege ich die geschütze nicht kaputt gehen überhaupt kaputt wir sind am blinken ich kann die anvisieren und so ne also jawoll gehen kaputt gibt es doch nicht man so die kleinen winzigen dinge ja dauern voll lange bis ich die kaputt kriege was aber nicht irgendwie so eine spezielle musik oder andere teil ich glaube ich brauche etwas mehr feuerkraft hat doch ewig hier da wird ein langer kampf damit ein sehr langer kampf war da macht man dich ganz schützt hier noch kaputt jetzt gar nicht glaubt die kommen immer wieder vielleicht auch nicht auf jeden fall geschnitten weil mein dinge wenn ich glaube ich in einem part machen ja okay jetzt nichts mehr anderes zum abschießen für meine anderen beiden also wird ich meine schon ordentlich schaden wir machen jetzt gerade mehr schaden weil bin ich mir ein ganz schön weiter auf das ding von alles anderen bekomme ich irgendwie keinen schaden also oder gibt mir schauen wir irgendwie offen ist oder so alles gut zu wissen habe ich nicht drauf gehe so schnell das kommt ja da unten aber ich weiß nicht so erste phase wahrscheinlich unten wie lange hat er auch ja glaube ich nicht ihr oder machen wir euch mal alle kaputt wie viel schaden das ding wo kommt hier für mehr schaden bekommt ja das lacht nur mein gegensatz zu hat was ich gerade gekämpft habe und dann sind sie wie sich die geschütze und krieg aber er verreckt mal gibt es da jetzt einfach nicht wie oft ich habe das ding doch man muss bis dahin geht da gibt es da einfach nicht man aber bitte sagt mir ich kriege ahne sonst wird er dir ganz schön nervig wenn ich das noch mal machen muss deswegen muss man nicht in zeit limitiert schaffen aber ich kriegte geschützt werden ich da und er sich eigentlich verarschen ein multikator ist voll im eimer weil ich bin so wie lange braucht er wahrscheinlich schnell als soll es mehr kriege ich erlaubt nicht dreck jetzt geht du noch down gott du du ja ja ich bin aber kein adept juckt er hat mich auf jeden fall dreck also kommt keine belohnung und so die hat ausgehen nachholen ohne euch geht da nicht anders ich nehme ich nehme nicht ganz ich nehme ganz bestimmt nicht noch mal diesen kampf hier auch wenn das auch vollen erbte und ja in meinen anderen gummischiff hier rein da was geht immer noch weiter da kommt jetzt oder da ein bisschen schaden gemacht ein bisschen meistens da habe ich mal ich traue der ganzen sache nicht dieses gepiepe und ich mache anderen viel schaden da geht immer noch weiter ja wird auch definitiv wir geschnitten ja wenn ich hier oben bin triffst du mich nicht damit ich kann euch warten immer raus und reingehen die mondschotten ist wahrscheinlich mit einem schlag pass auf meine anderen beiden dinger schießen sowieso darauf wir tun automatisch war dann ja da kann auch möglich letzte phase sein dass er viel zu probig und die plikate mal 0,3 da komm her und du bist da und ich habe b dreck dreck den omega maschine ja das ist natürlich ein bisschen doof aber was soll's und ja das den letzten pinken kristall muss ich dann halt suchen und ja hey hier bist du gewesen aha und hier ist natürlich das letzte ding ist klar ich nicht da und kriege dreck ja so was will diese pyramide normal bekämpfen ich will jetzt das letzte ding nachholen aber wir wechseln mal zudem dinge ja reparatur geht ohne dinge ja vielleicht kriegen wir das ding jetzt auf a kommen haben wir auch alles so haben wir den gummi jet hier mehr oder weniger fällig ich habe keine geschwindigkeit aber das ist eigentlich das ist eigentlich gut genug ne stimmt frage ich gar keine geschwindigkeit wir haben das auch alle bauplanfragmente schatz wird nur noch ein dinge wahrscheinlich von dem dinge bekommen wenn ich glaube da schaffende stern schnuppe da ist von dem ding ins genau ich nehme an wenn wir alles haben 999 hat so so da trägt mir als einziges okay wenn man das ding jetzt ja so schnell erledigen naja dann wird richtig gut kommen wenn wir drauf gehen dann was soll es ich fand jetzt schon hat ging anschließend wird wer für schaden wir bekommen ich muss eigentlich nur auf das schießen wir direkt vor mir ist nicht da kann man wie schnell die dinge kaputt gehen würde ich nochmal wird schon c ich war mit dem dinge reingegangen schaden bekommen wir auch nicht also und so fahr ich war mit dem anderen teil wenn wir jetzt hier schnell schaffen was die ganzen punkte ja pass auf mal gar nichts schon wieder ist jetzt ja so ein blinken was soll hat also nicht woran das liegt wenn wir jetzt sagen kriegen und du müsste ich eigentlich genug bekommen haben oder ja definitiv schneller definitiv schneller alter ist das krass das b mit schon recht 200.000 oder 2 millionen aber da immer jetzt ein zwei drei millionen millionen oder wie schnell abding jetzt darum geht Ja, voll krass. Da kommen wir her. Da kommen wir auch her. Ich kriege ja locker A. Da wird auf jeden Fall geschnitten in zwei Parts. Ich glaube schon dreimal gesagt, aber warum nicht? Das ist halt eine magische Zahl. So, komm. Habe ich mal. Mein Gott. Das ist krass. Wenn man sich da abzieht. Das ist gar nichts. Ich habe immer noch keinen A, Mann. Nein, A ist nicht drin. Dreck. Ich kriege irgendwann, wenn ich alles auf A schaffe. Ich würde sagen, das war es für diese Folge. Wenn wir mal jetzt zurück und ja. Wir haben alles abgeschlossen. Wir werden mal versuchen, gegen das Ding anzutreten mit noch mehr Schaden. Und dann gucken wir mal. Ich bedanke mich allen für Zuschauer und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. als nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.